Ich dachte, dass man nicht mit sowas fahren kann. Das erste Spiel ist so geil. Find ich. Aber ich hab das Gefühl, wir lassen so viel aus, irgendwie. Was? Ich hab das Gefühl, wir lassen die ganzen Secrets aus. Was? Ich hab grad eine Tür geöffnet, Alex. Warte, ich kann Fallen entschärfen. Ich hol nur kurz eine Flasche. Halte die Speerschranken aus. Was? Ich will den Hebel. Ah, da war der Hebel. Das war mein Speerschranken. Wanner weiß ich nicht. Müssen wir die Hebel gleichzeitig drücken? Nein. Das läuft nämlich auch, Darian. Können Sie mit dem Boot durchfahren? Ah, aber es gibt noch weiter. Die Hebel. Zuerst ist weg. Was hat er wegbekommen? Ah, was hat die Hebel mit dem Boot weggekriegt? Äh, mit dem Schalter. Musst du alles drücken oder gedrückt halten, du musst es machen? Du musst sie ausschalten. Was schaltet sie nur aus? Flex, du kommst da noch? Ja, irgendwo kommst da noch, ja. Wer da? Und da ist noch da. Wow. Fack. Auch Psychose dann. Ist der Psychose? Psychose? Ja. Also wenn wer was findet. Hat schon was? Hab hier eine Kube-Tür? Ich komme. Oder zum Klettern. Ja, hallo. Ja. Geht da einfach. Bäh, was ist mit ihm? Aha, ich bin da, wo Norbert jetzt ist. Habt ihr den zweiten Schrank jetzt schon eigentlich oder nicht? Ich muss halt dort abholen, weil mich alles verfolgt hat und ich finde da nicht mehr hin jetzt. Ich weiß noch nicht, wie ich den zweiten Dings höre. Ich weiß noch nicht mehr. Einfach den Kabeln folgen. So, da gibt es Kabel. Da gehen Kabel weg und du musst den Kabeln folgen und die führen dich dann zum... Ja, passt schon. Das ist ver speed. Das haben wir jetzt. Alles ane? einer hat glaube ich schon genau das ist auch fertig aber normal hat das zweite schon gemacht oder wo sind dann ob sie wir gern mit dem wagen endlich fahren man es war ein kabel und das ist ein splitter reingegangen und das hat sich gesplittert und eins hat dann noch mit ihnen schon mal gemacht ich brauche hilfe da kommt ganze zeit ich kann das entschieden also das ist das feuer war weg einmal wo ich davon erwischte wo das feuer weg ist na gut dann bin ich tot ich brauche eine heilung ob sie ok aber es ist nicht die zwei laufen und schau da siehst du dass ein kabelverteiler da war drüben auch eins geht es ja nach rechts und ok den kabelverteiler habe ich irgendwie nicht gesehen ja was schon alex soll uns heilen norbert soll uns heilen ok norbert ist nicht ich hole norbert wenn er dann vorbeigegabelt ist komm da her norbert komm da her nach sie und jetzt heil uns mal für das geld also das kann man die spritze kann man mehrmals verwenden die spritze ist nur fürs komplette wiederbeleben wenn er ganz tot ist ok ich musste mich schon einmal heilen abklingt zeit ist aber die ist gleich erreicht wenn du es verwenden das verwenden es doch mit uns gemeinsam in zukunft ich werde fast tot gewesen ich war weg von euch bis aber gleich jetzt aber da was ist jetzt ja jetzt jetzt ich gehe mal zum rechten kabel ich gehe mal zum linken warte aber das rechte ist schon das rechte ist schon das rechte habe ich da schon gemacht aber das eine ist da hinter der Tür psychose sagte er und Tomlick hat das Kastl gemacht ich weiß ich weiß hinter welcher Tür es ist Norbert ich weiß hinter welcher Tür es ist Norbert aber kann es ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht es ist egal es ist ich weiß nicht B und D. Ja, das sehe ich aber. Gut. Ich gehe mal A und B da runter. Ich gehe mal D noch. Ich gehe mal. Ich gehe mal. Du kannst nicht weg von mir kommen. Fuck, das sind ja zwei. Uh. Ich gehe mal. 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 Naja, ich gehe mal. Oh, man, wir sind nicht so gut, denn das ist nicht so gut. Das stimmt. Und vor allem, wenn ein ganzes Gegner kommt. So. Einfach den Kabel nachgehen, man muss doch nicht suchen. Aber den Kabel, den Rohr nachgehen. Ich komme gleich zu euch. Ich muss da mal den Gegner nur ablenken, dann kann ich das fertig machen. Ja, ich habe jetzt A und B. Ich habe jetzt D. Okay, ich kann D nicht machen. Ich habe halt absolut keine Batterie mehr, oder? Du machst D, dann mache ich E. Okay. Let's see. True. Oh! Da ist ja die Eule! Ja, 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 ja. Z. Ja, wir schleichen nochmal da. Aber da, wo ich... Ja. Na bitte! Das mit den Rohren verstehe ich nicht. Ich finde, den geht tief zu früh so oft. Ich bin ja das richtig. und unten sind die rohe gar nicht und mann ja aber noch mal unten ist oben ist c und d ja aber noch mal unten ist schon fertig und habe ich gemacht da kannst du und nix finden nicht ist jetzt komme ich noch die machen wenn ich überlebt ja ich komme da nicht durch weil wir alle verfolgen und ich muss dieses schiebert aufmachen aber ich weiß nicht wie warum noch nicht so lang los da kommt sie so jetzt los da geht los die ich gehe dann noch mal noch so Du musst kurz warten bis der Fünf weg ist mit dem hier rechten. So, ab das letzte Rohr. Also ich dreh grad. Wie hat er das gemacht? Nein, ich verstehe das nicht. Einfach den Rohr nachgegangen. Oh, das... Oh, das war's. 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 Ist er da? Oh, das war's. Sie ist dort hinten mit dir gewesen. Ist das bei mir? Oh, das war's. Nein, sie ist verdammt nicht. Ich lock sie weg. Wenn du sie weglockst, solltest du sie sich nicht treffen lassen. Oh, ich hab ne Psychose. Ja. Ja. Halten und dann mit D. Ja. Das war's. Das war's nicht. Du bist der. Ja. Du bist der. Ich sache es mir. Ich bin ein wichtiges. Du bist der. Ja. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Wundern.